Es war mit Abstand der matteste Chat seit der Erfindung des Internet Das ganze Netz voller Langweiler Diese Sorte, die Nacht für Nacht verzweifelt unsägliche Einzeiler In ihre verschmierten Tastaturen hacken Um nicht psychosozial völlig abzukacken Ist das nicht bezeichnend für den Zustand der Generation Y im heutigen Deutschland? Ach, uninteressant, sogar der Raum, den ich sonst ganz amüsant fand War an diesem Abend in der Hand von lauter Hirn verbrannten Adolf-Hitler-Adepten Die ihre 88 Sprüche durchsteppt Mein Gott, ich verblöde noch in dieser digitalen Einöde Schick mir eine Mail, schick mir eine Mail, schick mir eine Mail Mail, mail , mail, mail Mir schick mir eine Mail, schick mir eine Mail, Schick mir eine Mail, 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 mail mail Es ging ein Ruck durch den Raum, fantasievolle Männer im Saal. Wir waren natürlich in der Überzahl. 22 Tastaturen klabberten bundesweit. Wir chatteten um die Wette, die Netten bechatteten dich mit Nettigkeit. Die Deppen dagegen begannen zu baggern. Sie baggerten wie? Deppen eben baggern, eben ohne Selbstironie. Du hingegen, es war ein Traum. Die Sonne ging auf, in diesem gottverdammten Chatraum. Das war schnell, das war spritzig, durch und durch witzig, frech und immer noch einen drauf. Die beiden Oberdeppen gaben binnen Minuten die beknackte Bebaggerung auf. Ich war hin und weg. Ich hatte mich in deinen Stil verliebt, in einen Schreibstil verliebt. Ich wusste nicht, dass es das gibt, in einen Schreibstil verliebt. Wir schickten uns Teles und Teles und Teles und Teles bis zum finalen Ziel. Das war das Letzte, was ich hörte. Seitdem frag ich mich, wer bist du? Wo bist du? Wann schreibst du? Und vor allem, warum? Schick meine Mail, schick meine Mail, schick meine Mail, 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 mail. Warum schreibst du mir nicht? Was könnte der Grund sein? Ich gehe wegen dir alle fünf Minuten online, guck in meine Mailbox. Nein, wieder nichts. Wenn ich dir maile, mailt mir ein sogenannter Mailer-Dämon, dass er deine Adresse nicht gefunden hat. Du hast doch eine. Hast du dich umbenannt? Und am Ende war das alles nur einer dieser virtuellen One-Night-Standards. Schick meine Mail, schick meine Mail, schick meine Mail, schick meine Mail, 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 mail Schick mir eine Mail!